Was ist das denn? Soße, ganz klar, mit einem scharfen S. Na klar, du sagst ja auch nicht, reich mir mal die Soziere. Nein, das ist die Soziere, Alter. Was? Ich meine, jeder Mensch, wie er möchte. Aber nicht so. Aber nicht so. Mach wie du willst, aber nicht so. Ich gehe in den Shop und ich kaufe die Lampen. Und dann gehe ich zurück in mein Haus. Und wenn ich fertig bin, muss ich zurück in die Arbeit gehen, weil ich Geld brauche. Was passiert hier? Reden wir jetzt kein Deutsch mehr? Ja, okay. Hey, Bamen, hallora, su quali ma pandiamo? Bist du wirklich Italiener oder hast du dir das antrainiert? Ne, meine Mama ist Italienerin, ich bin halber. Ah, okay. Du hast nichts gesagt, als ich gesagt habe, dass ich Spaghetti in der Mitte durchbreche. Und normalerweise alle Italiener rasten immer aus. Nee, also da finde ich das mit dem Ketchup schlimmer. Was mit Ketchup? Was denn jetzt schon mit dem Ketchup? Wasser, Ketchup, Käse. Was hast du? Also wenn es schnell gehen muss. Wenn es schnell gehen muss. Oder wenn die Brieftasse. Wenn es schnell gehen muss. Wenn es schnell gehen muss. Was soll denn da? Ach so, das geht mit einer Tomatensoße dann langsamer oder was? Nee, warte, wenn Tomatensoße. Ja, okay, 1 zu 0 für dich. Ja gut, boys, die Trios haben Bock gemacht. Welche Map spielen wir denn jetzt? Spielen wir Wutz, töten Sturmann? Okay, ich möchte nur mal darauf hinweisen, ihr seid ja Wutz, mein Wohnzimmer. Man zeigt mir bitte, wo Sturmann ist. Zeig dir. Wo sind wir? Ich weiß, wo wir sind. Falsche Richtung, Mann. Hä, wo läufst du denn hin? Du läufst der Skephilter. Äh, falsche Richtung? Weißt du, ich weiß nicht, wo Süden und Osten ist und Norden und Westen. Geh hier mal weiter geradeaus. Was sind wir? Wir sind gerade in dir. Ach, da ist der Stein, den ich gesucht habe. Wer, das wusste ich. Ich halte mich mal ein bisschen so links. Ich glaube, ich wurde gerade beschossen. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich bin am Dufflehügel hier. Ja, bei der Tasche, ne? Genau. Ich gehe mal in die Halle hier. Äh, Skeph oben am Brilsstapel. Aufrennen. Ganz normaler Skeph auf mich hier. Wie mitten im Wald und ich sehe ihn nicht überlöschen. Hat noch etwas anderes geschossen? Hat einer von euch geschossen? Nee, ich habe geschossen. Nee, nee, ich nicht. Ich weiß nicht, ob das ein Guard ist. Der klang in der Hand. Ach, hier. Hier steht links. Före mir den nehmen. Du bist hier vor und zum Wald. Ja, 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 Stürme ist da. Oh mein Gott, Stürme ist da. Stürme ist da. Stürme ist da. Stürme ist da. Ja, ich würde neben der Halle in der Mitte. Ich bin da an so einem Holzstapel. Nicht auf mich schießen. Nehmt der Großen oder was? Ja, ich, ich, ich mach dir links, rechts. Ja, ich sehe, ich sehe, ich sehe ihn. Wenn er mich pushen, muss ich ihn holen, ne? Ja, ja, klar. Natürlich. Das ist nur ein Guard, den ich schieße. Das ist ein Guard gewesen, ja, korrekt. Das ist ein Normieskeph, ist auch tot. Ich habe Stürme noch nicht gesehen. Ach doch, der sitzt da. Ich bin an der rechten Hütte, unten jetzt. Papin, whoo. Okay, danke. Easy, eine erste Runde. Ich wusste, dass das passiert. Ich wusste, dass das passiert. Ich wusste es. Das bist du schön, ne? Ja, ich glaube, wo bist du denn? Unter dir. Hi. Ja, ich bin das. Hey, gestern habe ich ungefähr acht Stunden Wurz gespielt und ich habe mich einmal stumm an den Schützen. Oben, oben, überhalb der Holzhütten ist, glaube ich, gerade einer in die Holzhütten gerannt, das ist dann nicht aus wie ein Skeff. Okay. Ich payne mich mal eben, das ist mir hier schon wieder viel zu heiß. Irgendwas Holzbaracken, wie gesagt, ne? Ich muss mich einmal kurz zurückziehen. Jetzt habe ich ihn. Jetzt sind wir noch im Busch, ne? Ich bin in der Halle. Ja, ich muss nachklippen. Ich gehe nur in Deckung hinter dir. Wie angekündigt, ganz easy. Mein Wohnzimmer hier auf Wurz. Ja, dann gehen wir mal ran. Ich habe einen Sniper-Tod. War der, ich weiß nicht, ob die immer auf ist. Die ganz hinten, die rechte von dir aus, die dritte. Oh, hier hat jemand was geworfen. Meine, 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 meine. Ich habe so einen Typen in der Boss-Cape erschossen. Ganz rechts am Wasser lang. Hier ist clear. Hier wurde schon gelotet. Ich lerne es halt nicht. Ne, absolut nicht. Und da liegt er dringend. Wie kleine Drecksau. Liegt der in der Fülle. Siehst, habe ich schon gesagt. Mit der Pistole. Ich habe mich auch erschrocken. Ich habe damit nicht gerechnet. Ich weiß nicht, da hat, glaube ich, eine 5-7, ne? Ja. Hörne mit. Die macht schon Bock. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was ist? Diese sind alle Ignorierge. Ich habe es aber im Ansatz schon gespürt, dass das Trommel wird. Ich ehrlich gesagt nicht. Ich habe da gar nicht die Dings hier getötet. Die gelootet, meine ich hier. Nö. Die, die. Die Guards. Die Guards. Oh, hier ist das, okay? Hä? Oben die Straße hoch. Ist tot. Ach, boah. Die Scheiße gebe ich mir nicht. Ich schmeiße dir kurz die SVD hinter dir, ne? Sonst bleibt die halt hier. Air Drops ist gelotscht. Mehrere. Drei Air Drops. Vier. Ein Air Drop für jeden. Das ist immer so laut. Was? Oh, der landet direkt bei uns. Der schießt ihn hier? Ich spüre, ich spüre, ich spüre. Ich glaube, der landet gleich direkt bei uns. Oh, der andere. Ich schieße drauf. Schmeiß doch. Ja, zack doch. Hat funktioniert. Hat funktioniert. Let's go. Da vorne war noch Schüsse, wo ihr gerade hinrennt, ne? Wer ist der da bei mir? Wer ist bei mir? Warte mal. Wer hat einen großen Rucksack von euch? Was, 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 was? Was ist denn jetzt schon los, Alter? Okay, unten sind zwei Leute. Hä? Ja, das bitte. Hä? Einer ist da vor dir. Ich schwöre, da waren unten zwei. Ich bin hier unter euch. Ich bin das hier. Ich schreie hier. Okay? Hallo, that's me. Aber da war doch noch einer. Nein. Ich bin noch hier. Nein. Man, die ganze Zeit nur wir. Ich stehe installiert. Das kann doch nicht sein. Ich habe doch das unten zwei gesehen und hier oben einen. Wer ist denn unten? Ich war kurz unten. Ich töte euch. Gott, ey. Ich kriege dir richtig ernst. Komm, Kalle, wir holen uns den Airdrop. Let's go. Ja, dann lass mich doch allein. Das ist okay. Du kriegst das schon hin. Ja, wir ziehen die Aufmerksamkeit auf uns. Ich gehe noch ein Stück weiter. Du kannst da schon mal rein und lootschauen. Ja, ich gucke mal nicht, dass hier einer schon abämen solltet. Ja, okay, bei mir war hier noch einer. Ich wusste, das habe ich doch richtig gehört. Bist du tot? Nein, 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 noch nicht. Der weiß nicht, wo ich hingelaufen bin. Alles gut. Sollen wir kommen? Wir kommen zurück. Ja. Wir kommen zurück. Wir kommen zurück. Ich lass mal Ruck's weg. Der ist unten quasi an dem Fass vom Wasser vor dem Van. Ich bin hier oben auf dem Hügel und gucke da gerade schon runter. Okay, okay, okay. Aber das sag ich nicht ihr. Oh, mein Gott, ich bin so tot. Bist du am Stadion hier oben? Ja, nein, nein, ich bin tot. War einer vor mir direkt. So, wo er ja auf einmal herkam. Direkt vor dir ist er her. Unter am Strand, oder was? Nein, nein, nein. Das gucke ich schon direkt vor ihm da. Hä? Ich höre, ich sehe hier keinen. Was ist das für ein Trick? Ich hatte eine Fass von Flöschung in der Hand. Okay, wo bist du? Ich bin direkt an so einem Stein. Habe einen down. Noch Schiss auf mich. Ich laufe weg. Ich laufe wieder in unsere Richtung. Also Richtung Airdrop. Ja, ich bin neben dir. Ich bin neben dir. Okay. Schießt du? Nein, 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 nein. Ich bin direkt neben dir. Ja, ich glaube, er war alleine. Aber irgendwas hat noch auf mich geschossen. Aber ich habe die Schüsse nicht gehört. Also weiter weg quasi. So, jetzt würde ich mal hier eben rangehen. Was? Ein Airdrop ist eh in den Rucksack. Kannst du dir einen neuen holen. Dehne Tor. Äh, ich finde, bist du full so? Aber wir haben halt auch noch den Airdrop, ne? Scheiße. Naja. Nimm ruhig meine MP7 mit raus, Queen. Danke. Ach, das ist deine? Ja. Weil du mir das nicht erklärst. Soll ich die wirklich mit drauf... Soll ich die wieder bringen? Nee, nee, nee. Ich habe jetzt eine SR 25 Minuten gebastelt. Alles gut, Mann. Hier ist was los. Nehmen wir. Ich bin tot. Wo genau? Links neben ihr, warte. Willst du mir sagen, der hat die ganze Zeit gewartet, bis jeder ankommt? Das kannst du keinem erzählen. Bean Boy Benny. Der Bastronaut. Geile Runde. Dehne Tor, ey. Ja. Minas Tier. Ja, so ein Busch weiter, sage ich mal. Ich habe noch seine Waffe gehört, dass er die in Anschlag gebracht hat. Und dann war ich weg. Ich glaube, das könnte der Typ gewesen sein, was ich meinte. Dass irgendwer noch auf mich schießt. Und hat sich dann wahrscheinlich die ganze Zeit rangefischt. Und ich wollte nur dann in den WP7 in den Busch schmeißen. Und habe dann noch so die Waffe im Anschlag gehört. Aber so schnell konnte ich nicht reagieren, ey. Ich glaube, das wäre dann egal, in welcher Art und Weise. Irgendwer wäre wahrscheinlich gestorben gerade. Ich glaube nicht. Okay. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.